Rasant weiter mit dem Hit des Jahres, mit dem Video-Hit des Jahres, mit dem Album des Jahres und mit der Sängerin des Jahres. In allen vier noch verbliebenen Kategorien gibt es jeweils einen ganz klaren Schlager-Champion. In allen vier Kategorien konnte sich ein Star ganz klar gegen alle anderen durchsetzen und steht mit klarem Abstand an der Spitze. Und jetzt freuen wir uns auf die Sängerin des Jahres. Wir schauen mal. Wir freuen uns auf die Sängerin des Jahres, die heute auch den Video-Hit des Jahres präsentieren wird. Und der selbstverständlich von Album des Jahres stammt. Ah, okay, Moment, 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 Moment. Jetzt freuen wir uns aber erst einmal auf den Hit des Jahres. Wir freuen uns, dass sie heute bei uns ist. Meine Damen und Herren, Helena Fischer!